Mein Name ist Harzun Surydhe, aber alle nennen mich Ainur. Sie könnte ich sein. Oder auch sie. Aber nee, das bin ich. Ich bin nur eine Frau. Mach uns ja keine Chance. Die sich nicht vorschreiben lassen will, wie sie und ihr Kind zu leben haben. Diese Ehe ist die Hölle. Erst verlässt du deinen Mann. Und jetzt verlässt du deine Familie. Und damit habe ich den Tod verdient. Nein, nur stimmt, dass sie in einem Supermarkt jobben. Gleichzeitig wollen sie immer einen Jungen kümmern und zur Schule gehen. Ich krieg das hin. Alle reden über uns. Wer sich rumlöst wie eine Deutsche. Wie ein Ur. Tim. Wenn du nicht umkehrst, dann bist du nicht mehr meine Tochter. Ich will, dass du zurückkommst. Ich kann nicht mehr zurück. Du Hure. Dieses Kind ist unser Kind. Es ist deine Familie, die hinter uns her ist. Deine Familie ist überall. Siehst aus wie ein Mann, kleiner Schlamm. Was? Meine Familie ist das Problem. Dann liebe ich sie, dann hasse ich sie und dann liebe ich sie wieder. Du hast Schande gebracht, okay? Aber wenn die sich entscheiden müssen, zwischen der eigenen Tradition folgen und ihrer Schwester verzeihen, bist du die, die verliert. Du gehörst nicht mehr zur Familie. Das war's. Daran bist du selber schon. Du und dein Scheißverhalten. Du sagst mir nicht, wie ich mich benehmen soll. Ich rede, ich lache, ich ficke, wann und mit wem ich will. Zur Schande werden heißt, mit den Traditionen zu brechen. Diese Todsünde kann bei uns nur eins von beiden Geschlechtern begehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017